So, herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir uns den Sonnenstein verschafft, der uns jetzt ermöglichen sollte, zum Horu-Berg zu kommen. Der Weg scheint nicht mehr weit. Außerdem haben wir als neue Fähigkeit den Supersprung ein bisschen ausprobiert, der ziemlich schwer zu kontrollieren ist. Ehrlich gesagt. Und hier ist überall Feuer. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir da weiterkommen sollen. Den habe ich letzte Folge getötet. Unser Ticket, wie es hier weitergeht. Genau. Gibt es nämlich diese komischen Dinger. Und ich glaube, die Projektile von denen brauchen wir. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Scheinbar mir hier erstmal ein bisschen Energie holen. Einmal speichern und dann auf die Karte gucken. Da vorne gibt es einen Weg hoch. Den würde ich gerne noch nehmen. Schließ mich mal kurz eine an. Danke. Nein. Danke. Uh. Uh. Du hast eine Energiezelle gefunden. Die nehme ich gerne. Äh. So. Einmal. Was ist hier los? Geht alle weg. Lasst mich alle in Ruhe. Und dieser Baum sieht ziemlich danach aus, als könnte man ihn kaputt machen. Aber scheinbar nicht mit herkömmlichen Methoden. Kann ich das grüne Vieh nochmal bekommen? Danke. Mal speichern. Ne. Hier geht es weiter. Irgendwie müssen wir doch diesen Baum kaputt kriegen. Kann ja nicht sein, dass der... Das ist Feuer. Ich finde, wenn es irgendetwas geben sollte, das den kaputt macht. Ich glaube, wir brauchen dann das... Äh... Grüne Vieh doch nochmal. Den Explosivo. Irgendwie hat er keinen Bock zu respawnen. Ich sollte aufhören, in die Feuerdinger reinzuspringen. Die direkt in der Nähe der Lava sind. Aha. Ähm... Dachte ich's mir. Ich wollte ihn eigentlich runterschieben, aber das grüne Vieh hat das für uns erledigt. So. Hier gibt's der Eingang zu dem Feuerberg. Aber... Scheiß auf den Feuerberg. Wenn wir auch... Gehen können. So. Hier ist... Ohne Ende Feuer. Das erklärt doch, warum da so ein Lava-Fieh war, ehrlich gesagt. Aha. Wusste ich's doch. Ähm... Das Wasser hier tötet mich? Ah. Sieht aus wie ganz normales Wasser, ehrlich gesagt. So. Ich dachte schon, in dem Wasser kann ich mich ja gut vor dem Feuer verstecken, eigentlich. Es ist so hell, ich sehe nichts. Aua. Das versuchen wir nochmal. Ich sollte aufhören, mich von dem Typen treffen zu lassen. Das würde helfen. So. Wie will ich das jetzt hier machen? Der lässt halt die ganze Zeit Lava auf den Stein fallen. Auf dem ich stehen will. Oh, das ist so hell. Ich kann Uri gar nicht mehr erkennen. So. Äh... Okay. Wir können sogar dank dem Luftdash noch weiter fliegen. So. Wir müssen noch durch die Höhle. Irgendwie. Ah, verdammt. Okay. Aber ich weiß jetzt, was wir wollen. Was wir zu erreichen versuchen. Mal kurz warten, bis die Lava weg ist. So. Hier rüber. Sind recht schwierige Sprünge. Vor allem. Wenn ich das so hart verkacke. Und ich wollte gerade auch garantiert keinen, äh... Ah, die... Hä? Wie habe ich es geschafft, auf der Plattform zu sterben? Irgendwie durch die Plattform durchgefallen. So. Was wir hier machen müssen, ist nämlich springen, daschen. Damit kommen wir hier, denke ich, recht gut durch. Und hoch. Zack. Fertigkeiten Zelle. Wir rüsten jetzt gerade massiv auf. So. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie zurückschaffen. So. Ich würde vorschlagen, wir nehmen denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Zack. Ah, komm runter. Dann halt nicht. Okay. Puh. Im nicht sicheren Bereich. Ach, der Stein ist nicht sicher. Ja. Will nur das Leben haben. Chillt hier allemal. So. Jetzt lasse ich den noch kurz... Jiete ich den weg. In Nähe von Feinden. Ah, okay. So. Und jetzt können wir skillen. Und ich wollte ja... Er wartet den Radius, er erhöht den Angriffsschein der Stichflamme. Er fordert drei Fertig... Fertig... Fertigkeits... Fertigkeits... Punkt T. Lern... Sprechen. So. Was für eine Entscheidung. Drücke X, um den Sonnenstein einzufügen. Ich, ähm... Ja, komm. Kein extra Speicherpunkt, nur zum Einsetzen. Na, das seht ihr... Das ist der Einland-Sort, in den wir bisher gegangen sind. Nibels Wärmequelle. Ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lass uns vorsichtig sein, denn viele, die hierher gekommen sind, kehrten niemals zurück. Natürlich nicht. Der Ho-Hu-Berg. Das Element der Wärme ist nah. Doch der Berg. So habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Ist in Arbeit. Ich sehe... Unter uns eine Schnellreisestation. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich glaube nicht, dass wir da drin schwimmen können. Okay, der Lavafall ist nicht im Hintergrund. Ähm... Das Zeug wird... Ich kann da drauf nicht lange stehen. Das wird... Wärmer mit der Zeit. So, wir müssen uns hier... ...hoch kämpfen. Ups... Tödliche Reflektionen. Ich habe aus Versehen das Ding getötet, das mich da hochbringen sollte. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe einfach... ...vorsichtig weiter in eine Richtung. Zeit mal auf die Karte zu gucken. Rechts und links sind durchgehend Lava-Ströme hier. Hier auch. Ich habe schon wieder das Ding kaputt gemacht, das ich noch haben wollte. Aber das ist auch ein Lavafall. Und die Lava-Dinger, die hier runterfallen... ...die kann ich nicht anvisieren. Ich glaube, ich habe schon wieder eins von den Dingern kaputt gemacht, ohne es zu wollen. Ich glaube, ich töte mich mal ganz kurz. Genau, einfach damit, dass ein Teil hier respawnt. Komm. Junge, du musst auch ein bisschen mitarbeiten. Oh, das wäre perfekt gewesen. Okay. Okay, das Teil auf der Lampe ist kaputt. Das bringt uns allerdings gar nichts. So, hier komme ich hoch. Hier rüber komme ich auch. Fick dich. Aua. Bäm. Ich schieße nicht auf meine Plattform. Äh. Puh. Jo, ähm. Würdest du bitte hier rüber schießen? Uah. 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 Warte. Das sieht mal im Secret aus. Gekauft. Uh. Doppelt gekauft. Ähm. Triple gekauft. Okay. Alles voller Lava. Ja, rechts, links. Wir kommen hier nirgends weiter. Außer nach da oben. Ey. Aua. Ein Glück, dass ich mir hier einen Speicherpunkt erstelle. Ich hätte den Speicherpunkt erstellen sollen, nachdem ich die Karte aktiviert habe. Oder nochmal speichern sollen, nachdem ich die Karte aktiviert habe. Also machen wir das jetzt. Spiel gespeichert. Zack. 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 Ich weiß nicht, wo ich hier hin will. Einfach springen. Einfach springen. Puh. Da geht's noch tiefer rein. Hm. Dann gehen wir mal da rein. Was machen die beiden? Das Kind ist mittlerweile ein bisschen erwachsen geworden. Okay. Ich wollte gerade sagen, das Ding sieht eigentlich so aus, als würde es genau das tun. Ja, aber wir haben auch nicht... Ich frage mich, wofür dieses Ding hier da ist. Ja, geh runter. Ich habe eine halbe Stunde gewartet. Ich habe gerade auf meinen Dash gedrückt. Ich glaube, mein Dash wird mir hier wieder sehr gute Dienste leisten. So. Gerade so. Komm, schieß, schieß, schieß. Halleluja. Das war nicht hoch genug. Was ist das? Ori, diese Felsen scheinen instabil zu sein. Durch mein Lücht können wir sie vielleicht nutzen, um das Ausbreiten der Lava aufzuhalten. Hm. Ah, okay. Wir machen nach und nach die Dinger hier und legen quasi, wir legen den Vulkan trocken. So. Man kann keine Geheimnisse von mir verbergen. Eine Energiezelle. Nice. So. Preisfrage ist, wie komme ich jetzt... Ich muss wirklich den ganzen Weg zurück. Oha. Prost Mahlzeit. Jetzt verstehe ich, wofür diese Dinger da sind. Und diese Dinger. Ach, komm. Ich bin von der Seite. Das tut doch nicht mal weh. Ähm. Ne, ne, ne. Ne, komm. So. 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 Ich springe doch da hoch. Ich glaube, man soll nicht von der Seite, sondern von der anderen Seite da drauf. So. Oh, ich brauche das Ding überhaupt nicht, um hier rüber zu kommen. So. Fliegen. Festhalten. Und Fahrstuhl fahren. Nur aufpassen. Genau. Hier oben wird man sonst zerquetscht. So. Das heißt, wir müssen... ...in jedes dieser Sachen rein. Dann würde ich sagen, gehen wir erst mal... Ähm... ...hier auf die andere Seite. Da scheint es dir auch noch einen zu geben. Guck mal, ich brauche nicht mal die Dinger. So. Okay, was ist unser Plan hier? Ich hätte gedacht, dass wir das Ding irgendwie... Oh. Pff. So, da hoch können wir nicht wegen der Laser. Oh, ich glaube, ich sehe, was wir hier tun müssen. Ist das ohne den Luftsprint überhaupt machbar? Ja, okay. Never mind. So. Wir müssen... ...da hoch. Oh, halt dich fest. Das war knapp. Okay. Aber ich glaube, ich verstehe, was wir machen müssen. Schalter umlegen. Und rüber. Alles klar. Zack. Umlegen. Und... ...umlegen. Ich komme noch gar nicht auf das obere drauf. Oder doch? Ich muss mir das mal ein bisschen länger angucken. Kann ich das nicht... Kann ich die nicht quasi so stehen lassen? So, das wäre doch perfekt. Kann ich da hoch springen? Ja, kann ich. Ja, kann ich. Na. Der Dash geht ein bisschen zu weit dafür. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das hier machen muss. Jetzt steht der Plan. Jetzt fehlt nur noch die Ausführung. Ich glaube, ich erstelle mir dann sogar hier mal einen Speicherpunkt. Ich bin zu langsam mit dem Aufladen. Ja, das bringt mir nix. Okay, so wird's gehen. Und diese Dinger sind halt echt schnell. Boah. Ich muss irgendwie meinen Schuss früher... Ah, okay. Ich kann den Schalter loslassen, bevor ich... Alles klar. Ich habe viel zu lange am Schalter gestanden. Das bringt mich auch nicht weiter. So, ich muss den Schalter umlegen. Rüber. Aufladen. Ho. Perfekt. Jetzt hilfst du mir noch hier hoch. So, und... Bumm. Lava blockiert. Frag mich, das, was wir hier machen, ist aber auch nur temporär, oder? So, und natürlich sind jetzt auch die Lavaflüsse deaktiviert. Warum kann ich hier runter? Äh, ich habe mich jetzt gerade nicht selber gefangen, oder? Okay, alles gut. Okay. Zwei geschafft. Bleiben noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs. Ungefähr sechs Räume übrig. Ah, das klingt doch gut. Aua. Ich habe vergessen zu speichern. Sollte ich auf jeden Fall noch ganz schnell machen. So, wo haben wir die Lavaflüsse überall ausgemacht? Bin mir nicht ganz sicher. Da rechts auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, um die verbleibenden vermutlich sechs Lavaströme kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh.